Willkommen zurück zu Naruto. So, dann schauen wir doch mal, was Payne nun in seinen letzten Zügen zu sagen hat. Das war jetzt schon so, dass wir uns in den eigenen Zügen zu sagen haben. Das ist ein großer Mann. Das ist das, was du glaubst. Das ist ein paar Tausende, die die Erlöser geblieben sind. Das ist ein ganzes Zügen. Ich habe die Schöne gesehen, dass ich so einen Schöner zu sehen habe. Was ich so? Die Schöner-Modelle kann man die Schöner-Modelle entdecken. Ich habe das erste Gefühl, dass die Schöner-Modelle nicht der Schöner-Modelle nicht sein. Ich habe das Gefühl, dass die Schöner-Modelle nicht der Schöner-Modelle nicht sein. Ich habe vielleicht das recht gut in diese Figur im Rennen. Ich habe schon gesehen, dass die Schöner-Modelle nicht der Schöner-Modelle nicht der Schöner-Modelle nicht zu erkennen. Das was ich für Sie sehen. Ich habe das grossemordliche Schöner-Modelle nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich das officers von beiden ansehen. Ich möchte anhören, dass meine Schöner-Modelle nicht sagen. Dann versuche ich noch eine Schöner-Modelle nicht zu. Das ist aber das. Ziemlich verbohrt, der Typ. 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 Ziemlich verbohrt. Ziemlich verbohrt, der Typ. Ziemlich verbohrt, der Typ. Ziemlich verbohrt, der Typ. 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 Ich werde es nicht so weit verletzen! Gut, Nagato. Ich werde es nicht so weit verletzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mich nicht verletzelt. Hufu... Hufu... Wunderbar, dass ich das gleiche Leben hatte. Ich hatte das schon mal, aber... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich werde dich auf jeden Fall erwarten. Du bist nicht so weit weggegangen. Das ist sicherlich... Ich bin jetzt hier. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich bin der Naga-Toe, die Frau von Naga-Toe. Soll ich, wie soll ich das jetzt? Ich will nicht mehr nach dem Winter zurück. Naga-Toe ist es, dass ich nichts von mir noch nie bin. Naga-Toe, der Naga-Toe, der Naga-Toe, der Naga-Toe. Wenn mich für ihr, dass ich auch ihr, wenn ich, dass ihr, dass ihr. Ich möchte, dass ihr, dass ihr, dass ihr beide, mit ihr, Ich werde es nicht verletzen, dann wird es gut verletzen. Das hat sich an das Schüß und der Schüßel. Ich werde mich auf jeden Fall gehen und auf jeden Fall gehen und auf jeden Fall gehen und auf jeden Fall. Das war's für heute. Ja, damit haben wir jetzt sogar Nagato aka Pain bekehrt und die Hoffnung wiedergegeben, dass Naruto die Welt verändern kann. Dann hoffen wir mal, dass Naruto ihn nicht enttäuschen wird. Konoha sieht ja trotzdem, obwohl alles wieder, alle Menschen wieder am Leben sind, ziemlich scheiße aus. Aber zum Glück kann man ein Dorf ja wieder aufbauen, im Gegensatz zu Leuten oder Menschen, die verloren werden. 似 Ja. Ich bin der größte, wirklich. NARUTO! NARUTO! Oh! Hey, hey, hey! Das ist der Mann, der Mann! Das ist doch nicht so, dass du, was du. Ich glaube, NARUTO. Ich bin der NARUTO. Ich bin der NARUTO. Das ist der NARUTO. Das ist der Narn. Ich bin der NARUTO. Ich bin der NARUTO. Oh, CAP? Das war die Abgrüßung, dass du noch nicht vor Ort geworden bist. Was? Das kann mich in der Narnung machen. Natürlich, ich bin der Narnung. Ich bin der Narnung. Ich ga mich aber auch nicht vorstellen. Ich bin der Narnung. Was ist das? So, soこまですなくていいって 何,遠慮してんだよ あんたらしくもない ほら,いくよ ちょっと,ちょっと 3代目 4代目 今 目の前に 英雄がいます Und somit ist Naruto also der Held von Konoha geworden Und somit endet nun auch eine weitere Naruto-Geschichte die zweite die ihr nun bei mir verfolgen durftet Und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht in die Welt von Naruto einzutauchen wieder mit Naruto und seinen Freunden zu kämpfen Abenteuer zu erleben zu bestehen Und ich freue mich vor allem auf den nächsten Teil Naruto Ultimate Ninja Storm Teil 3 soll ja soweit ich weiß ich meine noch dieses Jahr erscheinen spätestens glaube ich nächstes Jahr im März habe ich gelesen und auch den Teil werdet ihr selbstverständlich bei mir wieder verfolgen können Ich hoffe Ich hoffe dass ich mich nicht ganz so dusselig angestellt habe Eingekämpfe waren ja wirklich haarsträubend von der Qualität meiner Künste her Hat manchmal nicht ganz gereicht Ab und an brauchte ich zwei bis drei Anläufe Aber am Ende hat ja doch alles geklappt und wir haben das Dorf vor Pain gerettet Naruto hat schon angefangen die Menschen zu verändern Und man hat eine ganze Menge weiteres über Naruto herausgefunden wie zum Beispiel wer Narutos Vater ist Wie die Beziehung zwischen Naruto und Jiraiya war Und es war ja bei weitem nicht das letzte was man rausfinden durfte Die Abenteuer gehen natürlich weiter Ich kann auch jedem wirklich nur den Anime oder den Manga ans Herz legen Beide sind wirklich wirklich klasse Der Manga ist natürlich noch bei weitem ausführlicher als der Anime und auch schon viel fortgeschrittener Wobei der Anime natürlich auch seine Vorteile hat Da man ja halt gucken kann und nicht unbedingt viel lesen muss außer die Subtitles Ja Wir haben es also geschafft Wir haben Konoha Naja gerettet ist vielleicht das falsche Wort Es wurde ja zerstört aber wir haben die Bewohner von Konoha auf jeden Fall gerettet Und Naruto hat so wie er da liegt auf jeden Fall sich nun ein Päuschen verdient nach den Anstrengungen Das werde ich mir nun auch ein wenig gönnen eine kleine Pause von Naruto zu nehmen bis der nächste Teil erscheint Und dann heißt es wieder Let's Play Naruto Shippuden Sobald oder sofern der Titel stehen bleibt ist es dann Ultimate Ninja Storm Teil 3 Den werdet ihr dann bei mir auch auf Deutsch erleben können Denn ich habe mir jetzt vor kurzem noch eine deutsche Xbox gekauft Dann könnt ihr euch freuen bei mir auch ab sofort Spiele mit deutscher Schrift oder deutschen Titel lesen zu können Mein nächstes Projekt ist ja auch schon geplant Ihr habt abgestimmt und für Tales of Vesperia gestimmt oder abgewählt äh abgewählt vor allem abgestimmt und auch das wird es schon direkt in Deutsch bei mir geben nicht mit englischem Schriftzug sondern auf unserer Muttersprache dem guten alten Deutsch und darauf freue ich mich auch schon besonders das Projekt werde ich dann wohl hoffentlich direkt nächste Woche angehen können des weiteren läuft bei mir ja noch Guild Wars 2 das wird auch wohl ein kleines dauerhaftes Projekt bleiben zumindest so lange wie mir Guild Wars noch Spaß macht und auch viele andere Videos gibt es sonst noch bei mir wer sie noch nicht angeschaut hat der möge dies doch tun und mir dann auch seine Kritik oder sein Lob mitteilen ich bin für beides offen und freue mich über alles was ihr mir schreibt und nun scheinen auch die Credits durchgelaufen zu sein und es heißt Abschied nehmen von Naruto zumindest für kurze Zeit ich sage deshalb auch jetzt schon so die Antwort soll dich schicken oder du kannst die Antwort finden ich 信 schicken aus Ich glaube, es ist ein Schmuck, das ist ein Schmuck. Ich weiß, wie es das sein wird, aber ich werde es sicherlich finden. Und dann... Also... Ich bin bereit. Naarut! Ich bin bald. Was? So lange? Naarut! Warte, 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 warte! Das war's für heute. Das war's für heute. Hm, was soll ich sagen? Ah, ein bisschen, Sakura-chan? Ja, ja, komm, komm, komm! Hm, das ist so, die Leute. Aber nun mit diesem Ende verabschiede ich mich auch von euch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dann, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns und viel Spaß mit meinen anderen Videos. Also dann, haut rein!